Hey, ich bin Christopher Brose und ich befinde mich hier gerade im wunderschönen Hof am Hofer Theater und wir starten heute unsere Workshop-Phase, denn nämlich nächstes Jahr kommt hier die große Premiere, die Welt-Urauffügung von Einstein, dem Musical. Und heute geht's los, heute ist so eine Workshop-Phase, wo wir gucken, ob alles funktioniert und ich geh jetzt gleich rein mit dem Stefan Kanja, mit dem Komponisten von dem Stück und mal gucken, was da alles so rauskommt. Kommt einfach mit. Ich weiß nicht, wo er ist, doch er ist ein sehr Begabter, Meister dieser Welt, die uns beherbergt, ruhig und fest. Ich weiß nicht, was er ist, doch eines weiß ich sicher, er ist ein Gott, der sicher nichts und so überlässt. Gott verfällt nicht. Es hat alles einen Plan, es hat alles einen Vorbestimmten. Er ist ein Gott, der sicher nichts im Zufall überlässt. Gott würfelt nicht. Gott würfelt nicht. Es hat alles einen Plan, es hat alles einen Vorbestimmten. Gott würfelt nicht. Er ordnet natürlich Gesetze, er regelt und er schafft. Doch er ist kein Vater, der richtet und straft. In den Gesetzen der Natur zeigt er sein Gesicht. Dort kannst du ihn sehen. Gott würfelt nicht. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!